da bekommen eine verrostete helle bade die haben wir schon da oben leuchtet wo es leuchtet muss ich hin wir sind die main quest egal aber eine aufmerksamkeitsspanne wie ein eichhörnchen kann ich so nummer eins kann ich nicht nummer zwei diesen krühen modul meine güte gehen wir doch nicht auf den sarg ja trink ja wolle zerfallen bitte nein aber den bogen wollte ich eigentlich nicht aber egal wo war man krühen modul kann ich damit eigentlich auch nein damit kann ich keine fische nach oben bewegen ausdauer ausdauer wahrscheinlich der ein sehr langes leben hinter sich hat als kochzitat füllte deine ausdauer vollständig wieder auf wort ausdauer war genau ihr könnt mir nicht entkommen ich ertrinke gleich so und dann hab so können wir auch den holzfall wiederholen ein opal ja das ist ultra gut also die riesenviecher die will ich am liebsten gar nicht anders haben oder dass man sie halt aus dem hinterhalt mit pfeilen abballert aber ich glaube so ganz offen können wir die noch nicht effizient bekämpfen der bockbogen zerbricht gleich mir egal Mist ich kann auch mit dem pad zielen das muss ich mal wo ist der nächste wo ist der nächste na komm pf dün schwing hey hey du hast mich entdeckt krog samen hier musste man tschüssi hier musste man ja echt mal was dafür tun so ja wir haben ja noch einen alten bogen bügen da ist noch so ein großer hier wollen wir nicht was ist das da Pferdchen! Easy peasy. Oh, 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 oh. Oh. Oh, ich hab keine Waffe. Mh. Die Holzverlangst will ich ja eigentlich erst mal behalten. Annehmen wir aus meinem Wurfschwer. Oh. Gut. Hä? Ach ja, es rollt davon. So. Da springt was. Eine Heuschrecke. Eine Ausdauerschrecke! Diese Heuschrecke kann den ganzen Tag herumspringen, ohne müde zu werden. Mit Monsterzutaten gekocht ergibt sie eine Medizin, die die Ausdauer regeneriert. Sehr nice. Sehr nice. Denn da drüben wollen wir gar nicht erst aufschrecken. So, jetzt versuchen wir mal so ein Pferdchen zu holen. Oh, da läuft etwas. Ist das eine Fee? Eine Fee! Scheiße auf die Pferdchen, wir holen uns die Fee. Wo ist die Fee? Da! Eine blaue Fee! Oh! Der Typ ist so nah dran. Ach! Von wegen, Fee! Ui, du hast mich entdeckt! Guck zusammen! Tschüssi! Haben wir schon neun Stück? Ich habe ihn gehört. Ey, ey, ey! Wo habe ich die Pferde gehört? Oh, der braune, der sieht richtig hübsch aus. Oh nein, der Schwarze sieht mich gleich. Kein Herdentrieb auslösen. Ganz ruhig bleiben. Ja, weiter da vorbei. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Rauna. Genau. Oh, oh. Nein. Du siehst mich gar nicht. Hui! Oh, ich habe ein Pferdchen! Nice! Tätscheln! Links. Warte mal, links ist da. Oho! Sehr schön! Los! Lin, 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 lin. Ah, sehr schön! Hey, hey! Ganz ruhig bleiben! Los! Ah, ja! Ah, ja! Hä? Hey, hey, hey! Ganz ruhig, ganz ruhig! Ruhig, Brauner! Los! Ehe! Los! Jawoll! Unser Pferdchen! Bong! Kreise sie um! Ha! Oh, kannst du springen, Pferdchen? Springen, Pferdchen! Okay, nein. Gut, gut. Du willst nicht. Pferdchen? Hä, was habe ich in der Hand? Oh, äh, ich habe deine Mähne in der Hand. Äh, Pferdchen! Sagte da lang. Graf! Und los! Dock, 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 dock. Da! Was ist denn hier? Dillin, dillin, dillin. Oh, äh, Pferdchen! Ich reihe hier, glaube ich, gerade irgendwie vollkommen in die falsche Gegend. Wir gucken mal auf die Karte. Das ist nicht die Karte. Das ist die Karte. Wir müssen nach da! Ich bin hier! Ja! Ich lasse mich nicht leicht ablenken. Das ist, das ist, das ist, das ist ein Trugbild. Los, Pferdchen! Pferdchen! Na? Ganz lieb, ganz brav. Es lenkt so ein bisschen noch nicht in die Richtung, wie ich will. Na, Pferdchen. Aber vielleicht wird es irgendwie besser, wenn man das tätschelt. Oh, der Turm da. Sehr schön. Den Turm holen wir uns. Kein Fuchs. Oh! Oh, sorry. Da habe ich dich einmal zu viel drücken wollen. So. Sanfter Galopp. Sehr schön. Na, nicht bocken. Sehr schön. Hallee! Da sind wohl die alten Hyrule-Pferde hier. Na? Hier geblieben. Ein Brunnen. Ich habe aber Angst, wenn ich das Pferdchen ablege, dann ist es weg. Ich reite hier gerade voll in die andere Richtung, wo ich eigentlich hin soll. Ist mir... Oh, 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 oh. Weit ein Bogen, Pferdchen. Na, 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 na. Ganz lieb. Ganz brav. Ich kann nicht hören. Grenn sie um. Na? Nicht bocken. Oh, ein Schrein. Wir haben einfach so einen Schrein entdeckt. So, Pferdchen. Ja, Kamata-Schrein. Pferdchen. Äh, mit B runter? Ah, okay. Aber du bist noch hier, wenn ich zurückkomme, ja? Warte auf mich. Warte. Ähm. Hätte ich dir nicht irgendwie... Moment. Moment. Ich glaube, das habe ich mal gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt geht. Hey. Nom, nom, nom. Genau. Ne, mein Apfel. Sehr schön. Oh nein. Es ist schon ausgeblendet. Oh, bitte ist das nur für die Szene. Und außerdem können wir uns jetzt immer hier hinbeben. Okay, da ist das Pferdchen. War nur für die Szene. Du wartest auf mich, ja? Genau. Pferdchen. 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 Pferdchen, du wartest auf mich, ja? Ja, bitte warten. Ja, 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 ja. Bis gleich. Einmal bitte nach unten. Wir trinken jetzt schon wieder fast alle. Feneffekte. Lass du dir von einer Fee beim Kochen helfen, werden die speziellen Effekte deiner Gerichte verstärkt. Das heißt, also, die Fee hilft einen und nicht, man kocht die Fee. So, so, so. Oh, wow. Was geht hier denn ab? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Jagamata. Im Namen der Götteren hier soll zu geprüft werden. Gewaltige Kraft. Na da. Das sieht natürlich ultra cool aus. Jetzt ist es natürlich nicht so, ob wir es machen sollen. Also, diese gewaltige Kraft sagt einem was. Ah, äh. Okay. Das habe ich, glaube ich, verstanden. Was raten? Ich soll Stasis-Modul. Oh. Dann brauche ich aber meinen Hammer. Zack. 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 Damit es da nach oben geht. Und... Oh. Oh. Okay. Das versuchen wir dann nochmal so, dass es auch ein bisschen mehr gerade ist. Dann sollte das funktionieren. Nee. Oder? Ich habe noch eine... Ich habe noch eine Zweit-Idee. Wenn mir das nicht reicht. In den... Swing. Oh, oh, oh. In den... Bong. Jawoll. Ich dachte sonst, wir müssten das irgendwie anschieben. Und dann noch mit einem Kryo-Modul da eine Wand erschaffen. Du bleibst noch trotzdem stehen, solange ich hier durchgehe. Sonst habe ich nämlich Angst. Okay. Einfach durchrennen. Äh, okay. Aber ich darf die Truhe nicht verpassen. Was haben wir hier? Nichts. Oh, oh Gott. Oh Gott. Äh. Nein, nein, nein. Spring. Link. Nimm bitte mal ein anderes Schwert. Äh. Einhänder. Oh, ich habe nur noch das Soldatenschwert als Einhänder. Dann nehmen wir die Bobkeule. Nee. Anvisieren. Bam. Bam. Zack. Zack. Bam. Oh, die Bobkeule zerbricht gleich. Ja. Bam. Oh. Gott. Ein Wächterschwert. Ein kleines Schwert mit dem...